Ich unterstütze den Volksentscheid Fahrrad, weil mir die Sicherheit auf der Straße am Herzen liegt, vor allem für Kinder und Jugendliche. Ich hoffe, dass alle Verkehrsteilnehmer ein Verständnis füreinander gewinnen und respektvoll miteinander umgehen. Wenn ich in Berlin auf der Straße bin, dann geht sofort der Adrenalinpegel hoch. Man merkt die ganze Zeit, da ist so ein Risiko. Ich glaube, dass die Interessen von Fahrradfahrern, vom Senat noch zu wenig, also da ist mir zu viel Lippenbekenntnis und zu wenig aktives Handeln. Natürlich können wir jetzt nicht irgendwie den Verkehr nur auf die Fahrer ausrichten, aber dass man auf beiden Seiten irgendwie respektvolles Umgehen miteinander bekommt, das wäre wahnsinnig schön. Würde es die Stadt auf jeden Fall insgesamt glücklicher machen. Glückliche Stadt durch Fahrradfahren finde ich schön. Berlin statt der Zukunft, das geht nur mit Fahrrad. Deswegen unterstütze ich den Volksentscheid. Ich denke, dass mehr Leute auf die Sattel springen sollten und dieses Glücksgefühl empfangen sollten.